In der vergangenen Folge hat NOAA die Hardware unserer LED-Schneelandschaft zusammengebaut. Das heißt, alles ist nun miteinander verklebt, verdrahtet und verlötet und damit bereit für den Einsatz. Was nun aber noch fehlt, ist natürlich die Software, über die das Ganze angesteuert wird, sprich über die nachher die LEDs angesprochen und auf dem Weg Animationen abgespielt werden können. Bevor wir uns aber darum kümmern, müssen wir zunächst den Raspberry Pi Zero W vorbereiten und genau darum geht es im heutigen Video. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Advents-Specials. Mein Name ist Gohle Roden und wenn du dich für die Architektur und die Entwicklung mit zeitgemäßen Web- und Cloud-Technologien und die diesen Technologien zugrunde liegenden Konzepte und Methoden interessierst, dann abonniere gerne unseren Kanal und aktiviere die Glocke, um zukünftig keine Videos mehr zu verpassen. Was gilt es nun mit dem Raspberry Pi zu machen? Der erste Schritt besteht darin, das Betriebssystem zu installieren. Anders, als du das vielleicht von deinem Notebook oder deinem Desktop gewohnt bist, funktioniert das beim Raspberry Pi so, dass du eine SD-Karte auf einem anderen Rechner vorbereitest, diese dann in den Raspberry Pi einlegst und ihn damit startest. Das heißt, du nimmst keine Installation im eigentlichen Sinne vor, es ist eher ein Kopieren eines vorbereiteten Images auf die SD-Karte. Wir haben uns an der Stelle für das Betriebssystem Raspberry Pi OS, auch bekannt als Raspbian, weil es quasi ein Debian für Raspberry ist, in der 32-Bit-Variante entschieden. Natürlich kannst du auch ein anderes Betriebssystem verwenden, das mit dem Raspberry Pi Zero W kompatibel ist, aber alle Kommandos, die ich im Folgenden erwähne, beziehen sich eben speziell auf das Raspberry Pi OS. Was du dazu brauchst, ist zunächst einmal eine SD-Karte, die mindestens 16 Gigabyte groß sein sollte, und natürlich ein SD-Kartenlese- bzw. Schreibgerät. Vielleicht hat dein normaler Computer einen entsprechenden SD-Karten-Slot auch bereits serienmäßig schon eingebaut. Den kannst du natürlich ebenfalls verwenden. Der einfachste Weg, die SD-Karte dann zu beschreiben, ist, dir die Software Raspberry Pi Imager herunterzuladen. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Naja, und diese Software übernimmt den Download und auch das Kopieren des Images auf die SD-Karte, und sie steht für macOS, für Linux und auch für Windows kostenlos zur Verfügung. Den Raspberry Pi Imager dann tatsächlich zu verwenden, ist sehr simpel. Nachdem du das Programm gestartet hast, wählst du Raspberry Pi OS mit 32 Bit und die SD-Karte aus und klickst auf Write. Danach dauert es eine kurze Weile und schon ist die SD-Karte fast fertig. Das einzige, was dann noch fehlt, ist nämlich die Konfiguration des WLANs, aber das kommt gleich in einem zweiten Schritt. Wichtig ist nun zunächst, die SD-Karte auszuwerfen, damit der Schreibvorgang des Images auch tatsächlich abgeschlossen wird. Nachdem du das gemacht hast, musst du die Karte zunächst noch einmal einlegen und zwei Dateien auf ihr anlegen. Wie du das konkret machst, hängt von dem von dir verwendeten Betriebssystem ab. Unter macOS und Linux kannst du zum Beispiel den Touch-Befehl auf dem Terminal nutzen. Unter Windows machst du das am besten über den Windows Explorer. Die beiden Dateien, die du brauchst, heißen boot.ssh und boot.wba-supplicant.conf. Die SSH-Datei muss tatsächlich einfach nur existieren, sie kann leer bleiben und in der WPA-Supplicant.conf musst du nun einige wenige Konfigurationswerte eintragen, unter anderem die von dir gewünschte Sprache, also wahrscheinlich DE für Deutsch, und vor allem die Zugangsdaten zum WLAN, also dessen Kennung und den Schlüssel. Und nachdem du das gemacht hast, ist nun tatsächlich alles erledigt, was die SG-Karte angeht. Das heißt, du kannst sie auswerfen, sie in den Raspberry Pi Zero W einlegen und ihn starten, indem du ihn an den Strom anschließt. Und das dauert dann eine ganze Weile, bis der dann hochgefahren ist. Und da solltest du sicherheitshalber mal so von ungefähr 75 bis 90 Sekunden ausgehen und diese Zeit einfach abwarten. Wenn das alles geklappt hat und wenn die Zugangsdaten zum WLAN richtig waren, dann kannst du dich als nächstes kabellos oder drahtlos mit dem Raspberry Pi über SSH verbinden. Der Hostname ist raspberrypi.local, der Benutzername ist pi und das Standard-Kennwort ist raspberry, alles kleingeschrieben. Aus naheliegenden Gründen ist es natürlich sinnvoll, das Kennwort zu ändern und gegebenenfalls auch die Authentifizierung über SSH-Schlüssel zu aktivieren. Das, wie das geht, geht jedoch über den Rahmen dieses Videos deutlich hinaus und an der Stelle möchte ich dich einfach auf die Dokumentation des Raspberry Pis verweisen. Auch hierzu findest du einen entsprechenden Link unten in der Videobeschreibung. Der nächste Schritt besteht jetzt darin, alle Updates für das Betriebssystem, also für Raspberry Pi OS und anschließend auch noch Node zu installieren, da wir die Ansteuerung des LED-Streifens über JavaScript machen werden. Selbstverständlich kannst du dafür natürlich auch eine nahezu beliebige andere Sprache verwenden. Der einzige wichtige Punkt ist eigentlich nur, dass du ein Modul brauchst, mit dem du den LED-Streifen über den GPIO-Pin auch tatsächlich ansteuern kannst. Und das kann unter Umständen in etwas Sucherei ausarten. Da der Code auf dem Raspberry Pi aber nachher eigentlich ziemlich unspektakulär ist, lohnt es sich wahrscheinlich nicht allzu viel Zeit, in die Suche nach einer Alternative zu stecken, auch wenn du vielleicht mit Node nicht so bewandert bist, denn, und das ist der Punkt, warum wir den Raspberry Pi Zero W verwendet haben, die Ansteuerung erfolgt am Ende per WLAN aus einem Client heraus und in welcher Sprache du den dann schreibst, das ist dann eine komplett andere Frage, das steht sozusagen auf einem komplett anderen Blatt. Naja, und um jetzt die Updates zu installieren des Betriebssystems, genügt der übliche Aufruf von apt-get-update und apt-get-upgrade. Da musst du dann dabei daran denken, das jeweils mit sudo aufzurufen und mit "-y", zum einen um den Vorgang mit administrativen Rechten auszuführen und um Nachfragen automatisch mit Ja zu beantworten. Das dauert dann eine ganze Weile, aber sobald diese beiden Befehle durchgelaufen sind, fehlt dann tatsächlich nur noch Node. Und da wird es jetzt ein bisschen hakelig, denn Node steht prinzipiell zwar für die ARM-Architektur des Raspberry zur Verfügung, allerdings gibt es keinen fertigen Installer. Das heißt, du musst dir das entsprechende Paket beispielsweise mit W-GET von Hand herunterladen, es entpacken und die darin enthaltenen Dateien nach User Local kopieren. Und sobald du das gemacht hast, kannst du Node dann durch die Eingabe des Befehls Node im interaktiven Modus aufrufen und mit STRG-C kannst du Node anschließend wieder verlassen. Ja, und damit ist nun alles vorbereitet, damit du die LEDs endlich programmatisch ansteuern und Animationen ausführen kannst und die Schneelandschaft sozusagen zum Leben erwecken kannst. Und wie das funktioniert, das zeige ich dir dann in der abschließenden sechsten Folge unseres Advents-Specials, die wir am kommenden Montag veröffentlichen. Und bis dahin, wenn dir das Video heute gefallen hat, dann würden wir uns natürlich wie immer sehr freuen, wenn du es in deinen sozialen Netzwerken teilst und wenn du einen Daumen nach oben dalässt. Und falls du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere jetzt gerne unseren Kanal. Und damit wünsche ich dir abschließend noch einen schönen Donnerstag. Pass gut auf dich auf, bleib gesund und dann sehen wir uns am Montag zum großen Finale wieder. Mach's gut. Ciao.